Ja hallo und willkommen zu einem weiteren Video League of Legends heute ich mit dem Wunibär und der Crytex mit der Akali Moinsens und ja mal schauen ich auf der Top Lane du bist auch mit dem Jan oder was bist du ja mit aber ich werde wahrscheinlich gegen Yasuo spielen wo ich keinen Bock drauf hab der wird nervig ja ich werde wahrscheinlich gegen Yasuo spielen nee ich glaube ich werde gegen Yasuo spielen weil der bei mir letztens Top war doch du wirst gegen Garen spielen das kann natürlich sein ja naja Garen Top Yasuo Mid White Jungle nee warte mal Wladimir lol die haben gar keinen Supporter oder Na ja ich hab Ping ich freu mich was hast du denn für ein Ping wundert einhundert das ist natürlich nicht so toll die hast du doch schon das letzte mal gespielt oder die Blutmond Akali hast du doch schon das letzte mal gespielt mhm wieso ist der Meise hab was soll das I'm kidding me ich würd mal sagen du sollst es abhauen mein Freund wieso will der Top sein alter der Wurzl all jahr du ihn und jetzt mit dem hier Doppel Top oder was ist sein Ernst ja Ja Gucken wir mal Wo ist Na wir haben eigentlich Wir haben Jungler Das wird ja so ein super Game Double Top ist einfach für den Arsch Toll ey Anstatt dass er irgendwie Jungle pickt Nein Muss Double Top machen Ja ich bin Yasuo Nice Geh mir nicht auf den Nerven Drexler aus Komm first blood jetzt Komm ist er Warum ist er level Ich mag kein doppeltop alter Ich mag das so gar nicht Ich mag das so gar nicht Ich mag mein double top Ich mag das so gar nicht Ah, können die kleinen Rusalen nicht mehr Platz machen oh ich war das kill kannst du direkt runterkommen meinst wär ja so fack dich richtig ab soll ich ich bin aber grad mal level 2 warte ich will noch level 3 werden bevor ich runtergehe warte kurz ja so ist so eine farm wo du brauchst für den einfach ich bin jetzt hier ein kleiner ganker weiß bescheid ohne schliefel und so halt ihn halt ihn ein bisschen zurück geh ein bisschen defensiv jetzt weil dann wird es ein überraschendes effekt you know geht rauf jetzt jetzt rauf jetzt drauf ja gut job ja super bleib kurz dass ich die wave gecleared habe ja 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 oh der weiß wie man ja so spielt nicht gut, nicht gut, nicht gut nicht gut nicht gut Guck der nervt so Ich bin einfach Half-Life schon wieder Mann, ey Mach das, ey Oh, das war knapp Oh, 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 oh Guck mal, ihr seid doch doppeltop, ne? Ja Dann wär's doch richtig geil, wenn du ab und zu mal runterkommen würdest, weil Yasuo ist echt ziemlich nervig Ja, ich werd's probieren, ja Weil, wenn schon doppeltop, dann kann ja einer sagen, so ein halber Jumpler sein Ja, muss ich ja mehr oder weniger dann Aber das kann ich schon machen, das ist nicht das Problem Ich will nur hier ein bisschen aufräumen bei mir zumal, hier Klar zu machen, wer der Babbo ist, weiß gescheit Hm, oh, du hast ja schon eins noch Oh, ein Schackling Ich kann ein Schwein werden, deswegen Jetzt schreib Dings in Chat Kürzlich machen wir ja Der Garen, der war mal irgendwie ganz anders und jetzt Der wurde mal so umgezwitschert Den hab ich mal so gern gespielt und jetzt gar nicht mehr Oh Mann, meine eine Attacke ist voll schiefgegangen Voll in die Hose Oh Mann, meine eine Attacke ist voll schiefgegangen, voll in die Hose Soll ich gleich junglen? Nee, du sollst einfach mal mitte kommen, ja zum Thema Junglen ist ja bei mir Weißt du, ich sag zu ganken und junglen Weiß Bescheid Warte, ich tu mich kurz backporten Habuld Weil ich brauche noch ein Item und dann komm ich Hier, den da und Den da So, wir hatten den an AD 91, das sollte in Ordnung gehen Bin aufm Weg Der hat nichts, du musst bei ihm ja so nicht auf AD gucken, ist das Wie viel Crit er macht und wie viel Tech Echt? Macht der Crit? Ja Macht der Crit? Der Crit ist richtig, Mann, da machst du nichts Der Crit ist richtig Das hört man natürlich sehr gern Komm, geh drauf Ja, perfekt Ah, doch nicht so perfekt Ah, ging doch Pass auf, warte, er kommt, pass auf Ja, komm, Sola, ich komme Sola, ich komme Sola, ich komme Ja, ich stelle mich dem Wind, komm Er fässt einmal den Wind So, pass auf, lass dich nicht von dem Wirbelwind catchen Gut Geh ins Gebüsch Sag dir, wir kriegen Pass auf, ich, 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 ich bete jetzt Ich hab noch keinen Weg ich bin sogar noch in tower gelaufen ach du scheiße naja gg ist so scheißegal kistik wird wie du sagen würdest naja das war kein kistik das war es war kistik hier auf jeden fall weißt du was ich komme einfach top so ist es uns egal wir machen das schon wir machen das easy aber was mache ich alde ich habe den falschen gebissen naja das mit dem kanzler nicht so gut habe ich keine einschätzung für ganz ehrlich ich bin lieber ja ich muss den einmal beißen und der ist weg glaube ich zumindest kommt nein verdammt so knapp weißt so ab noch mal knapp wie ist bei dir aus könnte ich warum ich muss erst mal erst mal kill kriegen also wenn ich zwei kills habe dann gibt es mal richtig ab ich muss jetzt erst mal den tower bei bei mir machen die auf bord sind irgendwie richtig nubig und in der mitte geht zurück geht zurück zu einem super schade war der war der noch nicht nur nicht nur nicht warte warte bist du die lane geklärt hast weil danach wird natürlich angreifen warum darf ich eigentlich immer gegen ja so spielen oder gegen kata oder heimarding kommt holen die jetzt hat man kann es kommen kann es kommt auch nicht ich habe ich gehe du sagst rückgäste gehen das weiß ich glaube ich mittlerweile schon ganz ehrlich er ist seine wort gesetzt im busch als in zwei auf rieke wie weg 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 oder oder doch nicht oder doch mann daniel ja ich brauch den kill mann jetzt auch nicht ja komm jetzt hat stirb du trägst dich ich hätte den ich hätte den noch holen können ich hätte den echt noch holen können wieso wir machen das doch easy 5 1 wenn jetzt unser team nicht viele dann und es geht dann los ein turm weißt du was ich gehe jetzt top und hol mir den ich gehe top und hol mir den ich gehe top und hol mir den nein bitte nicht und jetzt will der Malzaha auch den holen jetzt kann ich dein ernst sein ne ich denke ich denke das und hol mir den turm ganz einfach nein Malzaha ist schneller oh nein ich bin dumm oh gott oh gott oh gott ich bin so dumm egal zeug also habt ihr ihn jetzt ja ihr habt ihn nur gut und so weiter bitte bitte vielleicht hat oder ja echt ja so ist auch da scheiße der ist gar nicht mehr so gut ja der ist ja so warte ab warte ab bis der sein blade of room king und sein static hat ja dann noch zu deinen ansagen dann lasst aber nicht mehr durch naja der macht zweimal kuh auf dich oh fuck da unten geht's ab heute da unten geht's ab und ja geh runter I'm coming with you ooo da ist noch ein oh run run lol das sind alle ich fang sie ab ich fang sie ab komm geh drauf geh drauf kommt holt euch den ich hol mir viel Oh, ich geh mal shoppen Mach den scheiß Minion auch noch Wollen wir den Dragon kommen? Wollen wir auch noch Easy Kann sein, dass die Hinder voll schlecht nimmt Geht schon Ich würde nicht zu früh Ich dachte, du warst noch nicht zu früh Aber ja, in dem Fall Ich stehe 10-2 Ja, in dem Fall sage ich In dem Fall Oh, ein bisschen gelben Guck, der hat schon wieder Ich hole mir den gleich Jetzt hole ich mir den Den Clay in Sweden Was hat man der? 1600 Leben Ah, das geht Wie viel zieht der Der Def Der Def Der hat der Naja Das bringt dem nix Das klingt gut Oh, der ja suß Beide ja suß Und Was ist der Bekanntschaft Über der passiven Macht Oh, komm Oh, der hat eine Ulti gemacht Nein, nicht doch nicht, Mensch Wulibär, Wulibär kann ich sterben Wegen seiner ultimativen passiven Ich hoffe, du gehst nicht drauf bei dir Stopp da, stopp da, yo Stopp, easy win Jetzt gleich so und so zurück So Alles klar Let's get back Ah, du auch shoppen? Let's go to the mall Nicht was Äh, den bräuche ich Du, we have 4 Naja Ich brauche mal hier Leben Leben und Rüstung Hört sich gut an 13-2 läuft doch Wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr Du hast 6-0 Ich hab 4-0 Ja, unsere Mates und die Gegner sind Alles Guck mal Die Mates Unsere Mates haben 1-1 1-0 1-1 Und die Gegner haben 0-4 0-4 0-1 2-2 0-2 Oh, was macht der denn? Ja, also 13-2 Ja, die sind halt nicht Die sind halt kein bisschen, äh Gefeatet Guck dir das an, bitte Guck dir das an Ja, alle Level 7 Geil Oh man Die sind alles irgendwie voll die Freakles, aber, ähm, ja, ich will's ja nicht übernehmen Ich will, ach, da kommt mal ein, ehrenhafte Gegner Auch nicht Haut ab War ja klar Shit, ich hab alle meine Ultis verbraucht Ah, super Euer Team hat einen Turm zerstört Kommt mal runter, komm mal Botlane, bitte Plejase Da ist ne Weih, die möchte gerne sterben Oh, was ist das für eine Attacke von dem Stop Die Beihmacht-Bandmord Die geht mit Viertel-Life-Spielern Und mich drauf Obwohl ich noch meine beiden Ultis habe Also, zwei von drei Guck dir den Mal fahren, er denkt, er steht im Busch Guck dir schnell, guck mal schnell, Mitte Wo? Guck dir den Mal fahren, er denkt Wo denn, welcher Mal, wo ist er? Ah, zu spät Der bin ich nicht gesehen, ne Pass auf, guck mal Mitte, guck mal Mitte Guck mal auf mich Er steht so und denkt, er ist so Und denkt, er steht im Busch Oh, Mann Oben ist ein Garen, den hole ich mir mal eben Ah, die schaffen das schon Ich komm hoch Irgendwie komm ich mir vor, als würde ich gegen irgendwie Dreijährige spielen oder so Garen Freakill, top Oh, der ist Level 10, wie hat er sich so schnell hochgedingst Na komm her, mein Schnuckelchen Bitte gib mir den Kill Ja, okay, ich bleib ihn hier Danke Bitte So, weil ich Mitte bin, jetzt kann ich schön Ich warte mal, was habe ich denn für einen Farm Ah, der ist ja auch nicht so Die Farm von Geschlecht Oh, der hätte ich so weggebaitet Gebaitet Shark Ist das eine Herausforderung? Pass auf, da komm Ich könnte so tanken, ganz ehrlich Das wäre keine große Kunst Guck mal, guck dir mal den, äh, Vladimir auf der Botlane Er stirbt gegen die Minions, fast Ich weiß, ich weiß, ich weiß Er ist hier irgendwo Ich habe kein Mitleid mit Feigling Ich gehe direkt auf den Ah, falschen So scheißenbrech Komm her Oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's aber los Jetzt geht's aber los Boah, der geht's auf den Nerven Ja, der ist immer noch Ja, ja, nee Gerade im Moment irgendwie Bisschen so, wie jeder, aber Geht ja Geht ja Komm, den, ja, so freue ich auch noch Den, die kleine, die kleine wie Ich gehe jetzt mal ein bisschen, öppchen im Maul Ja, so, komm her, du Schlimme Die beiden, wenn ich die beiden jetzt noch kenne, dann ist das so geil Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir Komm schon, den auch Hahaha Hahaha Wie sie drauf ein Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe indirekt, Digger Ich habe indirekt einen Penta gemacht Ich hab's schon gesehen, ja Die Zeit erzischen war zu groß, der Erbstatt war zu groß und hätte ich Penta jetzt, man Penta indirekt Wie hat sich freut Und wer hat's möglich gemacht Ja Ich freue mich gar nicht, das ist richtig scheiße, man Stell dir jetzt mal vor, du hast diesen Penta Kill Ist doch scheißegal War eigentlich nicht, weil die Zeit zu groß war, aber juckt mich nicht Hauptsächlich, man macht Kills, und wir haben 23,4, ich würde sagen GG in dem Fall Ja, ja, juckt mich eventuell leicht unterm Arm, aber Unterm Arm, ich weiß Was soll ich mir kaufen Aber irgendwie sind die jetzt so underskilled, die Gegner Da kommt doch her Ich schick mir die Schick mir die Ramos, äh, Ramos Flavio Ich wollte noch Ramos Mode getötet Nee, 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 nee Pauling, es bringt auch nichts gegen, ja so Rüstung zu kaufen, weil wenn er seine Ulti hat, danach hat er so eine Armor Penetration, dass er einfach so Tanks töten kann. Na, das war nicht so gut. Oh, komm, Ash. Ash, du musst einen Fernkämpfer, Mann. Oh, 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 oh. Oh, ich bin kommend. Komm, ich könnte... Alter, der... Ich dachte schon, der Lucian. Der Lucian. Der Undalution. Der Solution. Alter, in der Zeit, wo ich tot bin, kann ich mir ja gleich nochmal ein Item holen. Ich hole mir mal einen Ninja-Tabby, echt? Hat sich krass so... Am Tower holt er den. Alter, komm. Jawohl, wenigstens stimmt es noch. Äh, das wäre 26,8 auf einmal. Wir werden ja schlechter, ganz ehrlich. Warte, bist du denn die Antwort nicht fertig? Hallo. Hallo. Ja, los, ich will die Aussagen. Ja, ähm. Komm, lass einfach mal... Lass irgendeine Lane suchen, die wir pushen jetzt. Komm, lass mal top gehen. Okay. Och, Mann, ey. Ey, da ist ein Lucian. Lucian. Undalution. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nur nicht, nur nicht, nur nicht, nur nicht, hier lang. Komm. Hallo. Oh, 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 oh. Ja, hau, du ab, hau aus. Hau ab, hau ab. Na denn, na denn, na denn. Ich komm schon irgendwie davon. Irgendwie... Irgendwo... Irgendwann... You serious? Das ist jetzt unser Team! Ey, ganz ehrlich, du kriegst immer die scheiß Kills, ey! Nur immer genau die richtige Vorlage! Kann euch ja ernst sein jetzt hier in dem Fall! Nee, 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 das ist meiner! Ja! Juh! Deiner! Sie win! Ja, ich muss die mal baiten, damit! Sonst geht der gar nicht! Ich glaub, ich würd nachher sogar noch Fanta gegen die schaffen! Vielleicht, meinscht! Oh Gott, ist ein U-Stimmchen! Wenn ich... Wenn du wieder meine Kills gelocktest, ständig! Was denn das für eine Attacke? Die ziehen mir irgendwie nichts! Ich find's voll lustig! Wenn man in der Reg... Regeneration irgendwie stärker ist als der Attacke! Lustig! Richtig schreudig! Was war denn das schon wieder hier mit den... mit den Kugeln dauernd? Oder Kugeln dauernd? Oder Kugeln dauernd? Kann gleich wieder zurückgehen und shoppen! Oh, lustig! Oh! Hier! 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 Team rulem' ich brauchen! Oh... I see it! I see it! Komm, einen noch. Jawoll. Boah. Ah, ist doch nicht dein Ernst. Aha, du. So ein Trockel. Erstmal shoppen gehen. In den Krieg. Erstmal zu Penny. Gerade für sie ist nicht so toll gewesen, aber... Ich habe die falschen Schuhe gekauft, merke ich gerade. Ich denke, dass die mir so nichts ziehen. Ich hätte lieber die Magie-Penetration-Schuhe gekauft. Komm, welche Mütter werden gerne penetriert von mir? Ja, ja, ja. Genau. Alle brauchen Mütter so Hilfe, ne? Ich komme, ich komme, ich komme. Vor allem der Wladimir denkt auch, er ist ein Gott, ne? Ja, definitely den Tower ein bisschen. Ich will ja schon. Nein, die kommen hier rum, alle hier rum. Da, wo ich bin. Ah, ne, würde ich nicht so nass sagen, aber ich schaff's doch. LOL, guck dir den Damage an, nein, klar. Oh, Frau, da ist noch ne mal. Ja, geht rauf! Komm mal, hab ich die Katze. Komm mal. Meilsack kommt auch noch. Eigentlich ist es ja meiner, ne, aber... Ich wollt grad sagen, hätte ich den geklaut, das wär unfair. War richtig kurz davor, dass ich ihn geklaut hätte. Ich kann nämlich doch nicht mal einen Tower machen, der Spacken. Willkommen, holt euch den Tower jetzt. By the way, so ein bisschen. Los bei dir, du Nougat-Städtchen. Oh, Gott, Mann. Die Minions, die machen richtig ernst. Da kommt ein Wladimir, der sterben möchte. Ja, aber da, die machen den, der, der, der Yasuo macht den Skadot schon. Wie ist es unten aus? Oh, hello. Das ist ja nicht mehr feierlich, du. Das ist ja nicht mehr feierlich. Der geht mir auf die Nerven, der Typ. Ja. Sorry. Komm, den kriegst du jetzt aber. Nee, den kriegst du jetzt aber. Nee, den krieg ich nicht mehr. Den Malzbier. Welcher? Der da? Na, er mit seiner Ziele flach. Ja, komm, ja. Am Tower, kein Problem. Mach mal. Bin extra bike gegangen. Nur für dich, Daniel. Nur für dich, Schatzi. Ja, ja, ich weiß. Aber nur rum. Was denn auch sonst? Na, gar. Na, falsch. Oh, Mann. Ah. Na? Möchte dann? Ja, mach nochmal, mach nochmal, mein Freund. Mach nochmal. Wie du einfach gar kein Schaden kriegst, ey. Niemand weißt meinen Voli mehr an. Das ist ja nicht mehr feierlich, du! Ah, so knapp. Ja, komm, versucht mir Schaden zu machen. Keine Chance. Keine Chance, ey. Ich glaub, ich sollte mal wieder einkaufen. Ich will, der Tower macht Damage. Ah, das ist immer das Beste. Ohoho. Oho, Halleluja, alter. оло, er ist während seiner Ulti gestorben. Ach du. Ähm... ich würde mal sagen dass wir jetzt ich werde mal zu können ich glaube jetzt muss er noch hier zu werden es ist ernst ich muss zurück ich muss shoppen shoppen aber danach können wir sowas von pushen ganz ehrlich 221 es wird zeit sage ich da nur problem ist der 0 ich mir aber wo soll ich mir nun das steht mir jetzt eigentlich noch ein bisschen leben ein bisschen rüstung oder ein bisschen angriff zu schules kind man regt mich auch leben leben kombiniert mit rüstung kommen oder was was schönes neiner konnten ja so ich brauche noch meine leben ich kann mich entscheiden beim shoppen kann man sich nie entscheiden na gut ja so kriegt mich nicht kriegst mich nicht einfach so weil das jetzt kann der wort nur aber du kannst in drei viertel leben her und schreist um hilfe rado die mit ihr schief rabat und direkt in den wahrenkorb eliminiert zwei sechs und drei projahre jetzt muss man wieder ein bisschen formen hier top pushen würde ich mal sagen doch auch bei mitte mitte ist immer so nimm und her die gegner stehen an ihr unter ihrem tower keiner wirklich ein geld ja soll das kommen hier dort zeigt mir was wir können hier ein bisschen so ein bisschen jawohl jawohl so nächster bitte der da ja ich glaube kein problem alter aber der jazur ne der tut gut damit ja der kürtet richtig das ist ja mal rufenfreudig 3 das wird eigentlich ein bisschen mitverdienst von mir aber ok ja ich würde sagen gg by the way alter schwede die haben noch half life ne und der macht einfach eine attacke drauf das schaffte e selbst die beiden Tower da tun mir kein damit oder mage alter ist sein ernst ja komm her gg 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 die sind die sind low level pissbar an komm ein kill fehlt mir noch zu meinem neuen item man ich würde so gern penta machen ja nee das wird nichts mehr 51 11 ist es gefinished von jetzt von jetzt von jetzt von keiner ach wow deine ulti hat er gemacht der gangster guck hier attack dreifach tötung und jetzt bin ich voll wild ist das dein ernst muss ich gucken da ist ein duschen wenn ich ihn ja kriegen würde dann lassen sie den wagen ja ganz ehrlich auch vierfach schon zu spät nein ist kein vierfach ist schon zu spät gg by the way ok ich würde sagen du machst es mit dem video und jo jo danke schön für das tolle spiel naja war irgendwie viel zu einfach aber passt schon passt schon würde ich sagen jo das war echt ein lustiges spiel ja ja